Die Elektroautos sind ja bekanntlich im Kommen, weshalb viele Anleger auch auf Tesla, Nio und Co. setzen. Ob die herkömmlichen Autobauer wie VW, BMW, Daimler und Co. aus Deutschland überhaupt noch eine Rolle spielen, wie der Trend im Elektrofahrzeugmarkt aktuell aussieht und welche Zulieferer vielleicht ebenso von dem Trend profitieren könnten, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG Leon Späth, Fabian Marquardt, Dominic Dörr und Martin Klemer. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Blicken wir zunächst einmal auf den Markt für Elektroautos, nicht nach einzelnen Aktien und Marken aufgeteilt, sondern nach einzelnen Ländern. Von 2014 an ist der Elektro-Pkw-Bestand weltweit auf mittlerweile deutlich über 10 Millionen Fahrzeuge angestiegen. Das klingt viel, ist aber in absoluten Zahlen recht wenig. Sichtbar ist an dieser Grafik jedoch, dass das Wachstum hier fast schon exponentiell ist. Die wichtigsten Märkte der Elektromobilität sind dabei Frankreich, Deutschland und dann erst China. Ausschlaggebend ist in diesem Marktranking die Kundennachfrage im Inland, die in Frankreich und Deutschland so gesehen am größten ist. Im Hinblick auf den technologischen Entwicklungsstand der Elektromobilität sind aber Südkorea und China deutlich vor Deutschland gerankt. Das liegt daran, dass nationale Förderprogramme, Subventionen und Unterstützung für Forschung und Entwicklung in diesen Ländern im Jahr 2020 ein Stück weiterentwickelt ist. Gegebenenfalls kann Deutschland aber hier durch seine Bemühungen in den letzten Jahren und gegebenenfalls durch die neue Bundesregierung wieder mit der Förderung der Wirtschaft aufholen. Im Ranking der wichtigsten Produktionsländer für Elektromobilität spielen Faktoren wie die Produktionskapazitäten für Pkw, aber auch die Kapazitäten für die Batteriezellenproduktion eine maßgebende Rolle. In diesem Ranking führt China vor den USA und deutlich vor Deutschland auch. Wir sehen also, dass vor allem China, die USA, Deutschland, Südkorea und Japan eine entscheidende Rolle spielen und damit natürlich auch die Aktien und Unternehmen aus diesen Ländern. Auch der Absatz der Elektroautos im Jahr 2021 hat bereits nach der ersten Jahreshälfte beinahe den Stand vom Vorjahr erreicht. Insgesamt steigt der Absatz deutlich an, auch zuletzt trotz Corona. Allerdings weniger als 2,5 Millionen abgesetzte Pkw im Jahr 2020 ist immer noch eine sehr geringe Menge. Wir sehen dabei, dass der Absatz im Asien- und Pazifikraum vor allem von 2017 auf 2018 stark gewachsen ist. Der Absatz in Europa hingegen hat 2020 erst richtig an Fahrt aufgenommen im Vergleich zum Vorjahr. Amerika hingegen ist hier allerdings noch kaum am Wachsen. Im Absatz in Europa wird deutlich mehr abgesetzt. Was auch in dieser Grafik erkennbar ist. 2020 wurden in Deutschland ca. 400.000 Elektroautos abgesetzt, in den USA gerade mal etwas mehr als 300.000, während China auf über 1,2 Millionen Fahrzeuge kommt. Was angesichts der Größenverhältnisse im Vergleich zu Deutschland aber natürlich auch nicht gerade viel ist in China. Richtig weit vorne im Absatz, nicht in absoluten Zahlen, aber im Verhältnis sind die skandinavischen Staaten sowie die Niederlande. In Norwegen sind ca. 50% aller neuen Pkw Elektrofahrzeuge. Damit liegen die Norweger unangefochten und deutlich vor den Niederlanden, die auf dem zweiten Platz auf gerade einmal 15% kommen, vor den Schweden und vor den Finnen. Europaweit sind ca. 5,7% der abgesetzten Pkw Elektrofahrzeuge, 4,3% Hybridfahrzeuge und 4% Plug-in-Hybride. Weiterhin machen also Benziner und Diesel hier die Mehrheit der neuen Pkw nach Antriebsart auch im Jahr 2020 aus. Jetzt aber mal ans Eingemachte. Wie sieht es denn eigentlich bei den Herstellern konkret aus? Tesla führt im Absatz als Marke deutlich mit ca. 500.000 abgesetzten Elektroautos im Jahr 2020. Dahinter folgt Volkswagen mit immerhin schon mehr als 200.000 Pkw mit der Marke Volkswagen auf Platz 2. Dahinter BYD aus China und BMW macht mit mehr als 150.000 Pkw den fünften Platz. Wenn wir allerdings alle Marken des VW-Konzerns zusammenziehen, also z.B. Audi, Porsche und Co. noch addieren, dann kommen wir hier sogar auf über 350.000 Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 bei VW. Was zwar immer noch deutlich unter den Zahlen von Tesla liegt, da man aber häufig annimmt, die deutschen Autobauer hätten den Trend komplett verschlafen, mag der Rückstand hier eventuell kleiner sein, als man zunächst vermuten würde. Die beliebtesten Modelle 2020 waren dabei, dass Tesla Model 3 der Hongguang Mini-EV von der chinesischen Marke Wuling von der SAIC Motor Corporation zu der General Motors aus den USA ursprünglich einige Partnerschaften unterhielt, gefolgt vom Renault Zoe. Mit VW ist hier ein weiterer europäischer Hersteller vertreten, sowie Japan mit Nissan und Südkorea mit Hyundai. Also die bekannten Märkte und Länder mischen auch im Elektrofahrzeugmarkt bereits mit, wobei das Tesla Model 3 auch hier im Jahr 2020 in den Absatzzahlen deutlich führt. Wenn man die gesamten Verkäufe einzelner Elektroautomodelle über die letzten Jahre kumuliert, führt das Tesla Model 3 vor dem japanischen Nissan Leaf und dem Tesla Model S vor dem Renault Zoe. Außerdem mischen Mitsubishi und Toyota sowie BAIC mit, deutsche Hersteller sucht man hier noch vergebens, das wird sich aber in Zukunft wohl ändern. Wenn wir aber die verfügbaren Absatzzahlen für Europa von Januar bis August 2021 wiederum auswerten, dann liegt VW mit dem ID.3 bereits auf dem zweiten Platz und zusammen mit dem ID.4 kommt VW bereits an die Absatzzahlen des Tesla Model 3 heran. Auch Renault, Ford, Volvo und Kira mischen hier mit. In China sieht der Markt, wie zu erwarten, etwas anders aus. Hier führt wenig überraschend BYD als Konzern, was den Absatz angeht. Ford Tesla und VW sowie SAIC und General Motors. Allerdings hat VW hier in den letzten Jahren kräftig aufgeholt. In den USA gibt 2019 noch Tesla deutlich den Ton an, mit etwas mehr als 50% Marktanteil in den Absätzen von Elektroautos. Allerdings dürften Toyota, VW, Nissan, BMW und Co. auch hier bereits etwas aufgeholt haben. Wir sehen also, dass die einzelnen Hersteller je nach Region sich unterschiedlicher Beliebtheit erfreuen. Gerade der Kampf um China und Asien dürfte dabei sehr spannend werden, wo jedoch insgesamt die größten Absatzzahlen zu erwarten sind. Um aber mal die Verhältnisse dieser ganzen Diskussion ins rechte Licht zu rücken, sehen wir hier die Marktanteile im US-Automarkt ohne Fokus auf Elektrofahrzeuge. Dafür General Motors vor Toyota mit ca. 18% Marktanteil, während VW hier auf mehr als 3% kommt und Tesla auf weniger als 2% Marktanteil im Absatz mit PKWs im vierten Quartal 2020. Es ist also klar, dass Elektrofahrzeuge noch nicht von der Mehrheit gekauft werden, mit Ausnahme von Norwegen, wie wir vorhin gesehen haben. Im Wettlauf stehen also Tesla, BYD und Volkswagen in den meisten Regionen dieser Welt gut in den Startlöchern und das Rennen hat dabei gerade erst für wenige Millisekunden begonnen, wenngleich hinter den Kulissen schon seit Jahren die Weichen für die ersten 50 Meter in diesem Marathon gestellt wurden. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Nebenbei versorgt euch der Kanal auch noch mit guten Memes und sorgt damit auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Es gibt aber passenderweise natürlich auch spannende Prognosen für den Elektroautomarkt, die uns einen ersten Einblick über die Entwicklungen in den kommenden Jahren geben könnten. Die meisten Patentanmeldungen für den Elektroantrieb stammen aus Deutschland. Im Jahr 2020 lagen wir hier bei mehr als 360. Japan kommt hier auf mehr als 100 und die USA kratzen an der Marke von 80 Patenten, während aus China kaum Patente vermeldet wurden. Zum einen mag das Thema Patentanmeldungen ein sehr deutsches Thema sein, wird aber vor allem auf die Forschungen von VW, BMW, Daimler, Bosch und Co. zurückzuführen sein. Aber die absoluten Zahlen von Patentanmeldungen sind aber natürlich kein verlässlicher Indikator dafür, dass in Deutschland weiterhin die bahnbrechenden Ideen entwickelt werden. Generell wird in den kommenden Jahren das Angebot an reinen Elektrofahrzeugen, das Angebot von Plug-in-Hybrid-Modellen übersteigen, wie wir in dieser Grafik sehen. Während 2020 noch ca. 75 Batterie-Elektroautomodelle in Europa auf dem Markt sind, sollen es 2025 dann ca. 175 sein, während das Angebot von Plug-in-Hybrid-Modellen etwas flacher im Anstieg verläuft. Nichtsdestotrotz sollen laut TNI in Europa im Jahr 2025 weiterhin die Verbrenner den Hauptanteil der im Bestand befindlichen PKW-Antriebsarten mit mehr als 50% Anteil ausmachen. Der Diesel selbst soll dann allerdings nur noch 25% ausmachen, während die Batterie-Elektrofahrzeuge immerhin auf 13% geschätzt werden. Ca. 10% sollen dann noch die Plug-in-Hybrid-Modelle ausmachen. Knapp ein Viertel der Fahrzeuge würde dann mit einer halbwegs alternativen Antriebsart zum Verbrennermotor betrieben werden. Wir sehen also, zumindest auf Basis dieser Prognosen, dass der Wechsel vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug nur sehr schleichend und langsam verlaufen wird. Durch politisches Eingreifen könnte dieser Wechsel aber natürlich beschleunigt werden. Die meisten Elektroautos werden in Zukunft dann in China produziert. Bis dahin sollen es ca. 13 Millionen Fahrzeuge sein. Deutschland käme auf 4,4 Millionen, was mehr ist, als die USA bis dahin produzieren wollen. Die Produktion der wichtigsten Zellen für Elektroautobatterien wird dabei überwiegend ebenfalls in China stattfinden, wo deutlich die größten Produktionskapazitäten liegen. Alleine deshalb besäße China und damit auch die chinesischen Hersteller einen starken Standortvorteil. Hier ist es geopolitisch eventuell erforderlich, dass die westlichen Nationen nicht zu abhängig von China werden. Die wichtigsten Hersteller von Elektroautobatterien sollen 2023 CATL aus China sein, LG Chem aus Südkorea und tatsächlich BYD und Tesla selbst. Die Kooperationen der deutschen Hersteller werden an dieser Stelle besonders spannend sein. BYD und Tesla profitieren eben dadurch, dass sie ihre Lieferketten hier scheinbar besser im Griff haben könnten. Vom Center of Automotive Management werden Tesla und Volkswagen im Index am stärksten eingeschätzt, deutlich stärker als BYD, Hyundai und Renault, die in diesem Ranking zwar ebenfalls noch halbwegs vorne mit dabei sind. Die relative Innovationsstärke im Bereich vernetzter Pkw oder auch Connected Cars gibt beispielsweise an, wie gut die Unternehmen in der Entwicklung von Systemen zur Warnung bei Unfällen, Überschreitung der Geschwindigkeiten sowie Sicherheitswarnungen sind. Tesla führt hier deutlich vor Daimler, BMW und VW, Toyota liegt hier weit zurück. Allerdings, wenn es um das Kapital geht, besitzt Toyota mehr Möglichkeiten als zum Beispiel VW und investiert dieses Geld vor allem in selbstfahrende Autos, also eine Schnittmenge auch zum Thema Elektromobilität. Sie besitzen vor allem die meisten aktiven LiDAR-Patentfamilien, also L-I-D-A-R. Hierbei geht es um Methoden zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Dabei besitzen sie hier sogar mehr Patente als Bosch, die ein bekanntlich weiteres Unternehmen im Automobilsektor sind, was als Zulieferer attraktiv ist. Leider kann Bosch von den durchschnittlichen Investoren nicht in Form von Aktien erworben werden. Wenn es um die Gesamtzahl der Patente geht, nicht nur um die aktiven Patente, liegt Toyota allerdings bereits deutlich hinter Bosch, Ford, GM, Daimler, Hyundai und nur knapp vor VW. Grundsätzlich profitiert VW natürlich auch von seinen Erfahrungen, seinem Netzwerk und von der Tatsache, dass im langsamen Übergang vom Verbrenner zum Elektromotor sicherlich noch einige Jahre ins Land ziehen und sicher noch der eine oder andere Verbrenner verkauft wird. Im direkten Vergleich der Kennzahlen der Unternehmen schneiden im absoluten Umsatz die Urgesteine Toyota und VW am besten ab. Natürlich vor allem durch ihren Absatz mit Verbrennungsmotoren. Was das Umsatzwachstum angeht, liegen Tesla und BYD klar vorne, wobei die ja auch insgesamt weniger Umsatz in absoluten Zahlen einfahren und auch jünger sind. Im EBIT liegt in absoluten Zahlen Toyota klar an der Spitze vor VW. Toyota staubt auch die beste EBIT-Marge ab, während Renault im EBIT sogar Verluste einfährt. VW liegt hierbei hinter BYD und Tesla, was die EBIT-Marge angeht. Pro Dollar oder Euro Umsatz bleibt bei VW also weniger im operativen Gewinn übrig, als bei BYD und Tesla. Toyota und VW zahlen auch eine relativ attraktive Dividende, während Tesla das nicht tut und bis 2019 auch noch eine relativ schlechte Fremdkapitalquote vorzuweisen hatte, mit über 80%. 2020 schneidet Tesla hier mit ca. 57% jedoch am besten ab, noch vor Toyota. Insgesamt hinterlässt Toyota hier den besten Eindruck. VW liegt mit großen absoluten Zahlen, aber mit einer schwachen Marge und einer schlechteren Fremdkapitalquote klar dahinter, während die Entwicklung bei Renault zuletzt noch negativer zu bewerten ist. Tesla und BYD überzeugen eben vor allem durch ihr starkes Wachstum und eine durchschnittliche Marge. In der Gesamtbewertung schneidet Tesla hier am besten ab, sowohl was die Entwicklung über Kennzahlen angeht, die Prognosen im Markt und auch in der aktuellen Marktposition mit Fokus auf dem Elektrofahrzeugmarkt, ist Tesla unter diesen Kriterien eben noch leicht vorne. Gefolgt von VW, die immer mehr in den Markt hineinwachsen, in den Prognosen gut und innovativ dastehen und halbwegs gute Kennzahlen besitzen. Toyota und BYD folgen dahinter, wobei beide grundverschieden sind. Toyota baut ebenfalls auf ihr starkes Kapital, Know-how und auch auf einige Innovationen, während BYD vor allem durch sein Wachstum in den Kennzahlen auf diese Bewertung kommt. Allerdings darf man bei BYD die Grundsituation in China nicht vergessen, wo politische Faktoren zwar einerseits förderlich sein könnten, beispielsweise will die chinesische Regierung den Wildwuchs im chinesischen Automarkt einschränken, den Wettbewerb also schwächen, um die größeren Firmen zu stärken, aber genauso gut kann das Pendel natürlich auch in die Gegenrichtung umschlagen in Zukunft. Renault findet zwar im Markt statt, kommt in diesem Video aber in den Kategorien kaum zur Geltung. Tatsächlich finde ich Tesla, Toyota und VW aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten attraktiv. Da Tesla natürlich aufgrund des noch geringen Gewinns ein sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis besitzt und da er potenziell teurer sein könnte als VW und Toyota, die mit einem zwischenzeitlichen sehr geringen KGV von unter 10 deutlich günstiger erscheinen, ergibt sich hier eben die Möglichkeit, vielleicht sogar eher auf die alten Marktteilnehmer zu setzen. Tesla und Toyota befinden sich tatsächlich in meinem Portfolio, VW allerdings nicht. Allerdings auch Zulieferer aus der Halblätterindustrie zum Beispiel wie Infineon, NVIDIA, Samsung und Co. spielen natürlich im Markt für Elektrofahrzeuge eine wesentliche Rolle. Dafür wäre das Video jetzt zu lang gewesen, wenn wir die ganzen Zulieferer auch noch mit reingenommen hätten. Wer gezielt in den Elektrofahrzeugmarkt investieren möchte, für den könnte der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF attraktiv sein. Dieser ETF beinhaltet in den Top 10 Aktien zum Beispiel Samsung, BYD, Tesla, Nissan und Co. und filtert dabei auch noch nach den ESG-Kriterien. Mit 0,4% Gesamtkostenquote ist der ETF auch durchschnittlich teuer, ist allerdings seit 2019 ähnlich gelaufen wie ein normaler MSCI World ETF in der Performance. Vor allem in der Corona-Krise lief der ETF schlechter, konnte dann aber Ende 2020, Anfang 2021 kräftig zulegen. Bevor ich anfangen würde, einzeln in Zulieferer zu investieren, wäre im Rahmen einer Core-Satellite-Anlagestrategie ein Satellite wie der iShares Electric Vehicle and Driving Technology ETF für mein Portfolio interessant. Das Thema Anlagestrategien habe ich übrigens in diesem Video hier beleuchtet. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr wissen wollt, was ich mit Core-Satellite-Strategie meine. Ich persönlich glaube zwar, dass Elektromobilität ein sehr wichtiger Trend in den kommenden Jahren bleibt, denke aber nicht, dass die Branche an sich, auch mit Zulieferern, ein gut diversifiziertes ETF-Portfolio am besten nach Faktoransatz outperformen wird. Klar, die Halbleiteraktien im ETF ziehen sicherlich gut an und in der Branche ist zwischenzeitlich sicherlich auch gutes Wachstum möglich. Allerdings bin ich kein Fan von Sektorwetten, da mein Portfolio für 20 bis 30 Jahre ausgelegt ist und ich nicht glaube, dass dieser Sektor kontinuierlich den Markt outperformen wird. Zumal nahezu alle wichtigen Aktien aus diesem ETF ohnehin in jedem World ETF oder in einem weltweit gestreuten Portfolio enthalten sind. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt eure Meinung dazu, auch zur Branche und zum Video gerne in die Kommentare. Sicherlich gibt es haufenweise Dinge und Details, die im Video nicht erwähnt worden sind. Dann hätten wir hier aber auch jeden Rahmen und die 4- oder 5-Stunden-Marke gesprengt. Ich hoffe aber, ihr konntet spannende, neue, euch bisher nicht bekannte Facts mitnehmen und das Video hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- und Anlagenberatung. Die Produzenten und Verantwortlichen können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Das Video dient einzig und allein der Unterhaltung.